Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Steiner Tutorial. Mein Name ist Michael Gast und in dem folgenden Video möchte ich euch gerne erklären, wie ihr bei dem Steiner Ranger LRF Fernglas durch das Menü navigieren könnt. Ihr führt das Fernglas zu euren Augen. Das Fernglas ist auf euch eingestellt. Um es einzuschalten, drückt ihr einmal die Pfeiltaste. Jetzt befindet ihr euch im Standardmodus. Im Standardmodus könnt ihr durch das Drücken der Zahnradtaste für mindestens drei Sekunden zwischen den Entfernungsmessungen in Yards und in Metern wechseln. Durch ein erneutes Drücken der Zahnradtaste wechselt ihr in den Modus für schwere Wetterbedingungen. In diesem Modus könnt ihr auch unter normalen Wetterbedingungen Entfernungen messen durch Drücken der Pfeiltaste. Dieser Modus ist allerdings speziell auf schwierige Wetterbedingungen bzw. extreme Wetterbedingungen ausgelegt und misst mehr in kürzerer Zeit, sprich er ist deutlich energiefressender als die anderen Modi. Durch ein erneutes Drücken der Zahnradtaste wechselt ihr in den Modus, der durch eine Fahne symbolisiert wird. Hier werden nähere Gegenstände in der Messung priorisiert. Auch hier könnt ihr durch ein Drücken der Pfeiltaste die Entfernung messen. Durch ein erneutes Drücken der Zahnradtaste kommt ihr in den Modus, der durch einen Hirsch symbolisiert wird. Dieser priorisiert Ziele in weiter Entfernung. Auch hier durch ein einfaches Drücken der Pfeiltaste könnt ihr die Entfernung messen. Durch ein erneutes Drücken der Zahnradtaste kommt ihr in den Menüpunkt zum Einstellen der Helligkeit des Displays. Hier könnt ihr alle Symbole erkennen und durch Drücken der Pfeiltaste durch die verschiedenen Helligkeitsstufen der Displaybeleuchtung navigieren.